Wenn er in einer Sitzung das sagt, selbst wenn er hundertmal sagt, was haben wir gesagt? Das ist ein Meinungsunterschied unter den Gelehrten. Aber wenn du auch hundertmal sagst, du bist geschieden, zählt nur nach der richtigen Ansicht. Die Jumhurululama, die meisten Gelehrten sagen, das zählt und sie ist geschieden für immer. Aber, Wallahu ta'ala ala wa'alam, der Hadith ist klar bei Imam Muslim von Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, er sagte, in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam zählte das Dreimalige nur als Einmal. Und auch in der Zeit von Abu Bakr und auch in der Zeit von Omar. Bis Omar das dann nach zwei Jahren geändert hat, Wallahu ta'ala ala wa'alam.